Im März 1858 wird in Vogera in Italien Carolina Maria Margherita in Vernizio geboren. Obwohl sie im Laufe ihres Lebens weit über 100 Romane geschrieben hat, ignoriert die Literaturgeschichte ihren Namen. Den Herz-Schmerz-Romanen der In Vernizio ist das gleiche Schicksal beschieden wie den Büchern ihrer Kollegin Hedwig Kurz-Mahler. Man findet sie niemals auf den großen Buchmessen, dafür aber unter den Kopfkissen der kleinen Leute. Um die Jahrhundertwende erfreut sich Carolina In Vernizio einer außergewöhnlichen Popularität und kostet sie auch aus. In Interviews mit Klatsch-Illustrierten bezeichnet sie ihren berühmten Zeitgenossen Danunzio als lasterhaft und lässt auch an den anderen italienischen Schriftstellern kein gutes Haar. Die In Vernizio ist das, was man schreibsüchtig nennt. Pünktlich um sieben sitzt sie jeden Morgen an ihrem Schreibtisch und arbeitet dort bis Mittag, oft an mehreren Romanen gleichzeitig. Da ihre Helden mit besorgniserregender Häufigkeit sterben, kann es schon einmal passieren, dass die Autorin Tote irrtümlich wieder lebendig macht. Sie hat deshalb ihre Schwester zur Archivierung der Geschehnisse angestellt. Carolina In Vernizio ist von ihren eigenen Werken stark beeindruckt. So verfügt sie in ihrem Testament, dass ihr Leichnam vier Tage im Freien stehen müsse, damit ihr nicht selbst das geschehe, was sie in ihrem Roman »Die lebendig Begrabene« so eindrucksvoll geschildert hat. Nach dem Wunsch ihres Vaters hätte sie eigentlich Volksschullehrerin werden sollen. Man jagt Carolina aber von der Schule, weil sie in der Schülerzeitung ein Drama voll unschicklicher Gefühlsausbrüche veröffentlicht. 1877 bringt der Verleger Salani ihren ersten Roman »Rina oder der Engel der Alpen« heraus. Das Buch hat zwar Erfolg, aber die In Vernizio lehnt es noch ab, sich mit so profanen Dingen wie Geld abzugeben. Sie erhält dafür auch für die folgenden Romane kaum ein Honorar. 1881 heiratet sie den Leutnant Marcello Quintero. Der Bestseller »Kuss einer Toten« ist ihm gewidmet und er wird darin als angesehener und gebildeter Herr beschrieben. Mit den Folgewerken »Die schelmische« und »Die schwindsüchtige« feiert Carolina große Erfolge. Seit ihr Gatte zum Direktor der Militärbäckerei von Turin ernannt worden ist, treffen einander die Spitzen der Gesellschaft jeden Montag im Salon der Frau in Vernizio. Diese gibt ein kleines Vermögen für Kleider und Perücken, vor allem aber für überladene Hüte aus. Um dem Trubel der Großstadt zu entgehen, übersiedelt Carolina in Vernizio schließlich mit ihrem Gatten nach Cuneo. Dort stirbt sie 1916 an Lungenentzündung. Der treue Verleger Salani enthüllt auf ihrem Grabstein eine Bronzekrone mit der Inschrift »Dein Name wird nicht sterben«. Es scheint möglich, dass er sich geirrt hat.